Ich bin Libanese! So, Freunde. Ich hab jetzt das zweite Mal Hände gemacht. Ich hab für das Video. Soll ich weiße Handtuch einfach gar nicht? Keiner hat eine gute Laune hier. Wir müssen los. Meine Freunde, was glaubt euch, was glaubt? Hieß Abu Habib, ne Bildin. Und guck mal, ihr seht ja, wir sind hier irgendwo an einem Parkplatz. Das ist eine Raststätte. Hey, das ist keine Raststätte hier. Ja klar. Nein. Hier ist doch nichts zum Einkaufen und so. Leute, ihr dürft darüber entscheiden, ist das eine Raststätte oder ein Parkplatz. Wo ist Aral? Da ist Aral. Das ist doch, das ist ein Wald. Guck mal, der sagt, da ist Aral. Achte. Das ist eher so ein Parkplatz. Ein Parkplatz, so eine kleine Dings. Was war der Plan? Der Plan war, 17 Uhr bei Wasim treffen, 17.30 Uhr spätestens losfahren. Wasim kommt um 18 Uhr irgendwas. Alushi wartet auf Wasim. Es ist jetzt gleich 20 Uhr, ne? So. Hier auch mein Handy, Standort, wo wir sind. Das ist sehr wichtig. Wir sind immer noch Hannover. Hier, Langhagen. Wie ist der. Schlech? Hier! BAPP generate, bis! Ja! Ja! Bla! Ja! Da hab ich eX nelp, d Бог sad, man die Taxi, all losabbau. Oldfgrinst starkありがとうございます! Am CO12? Ja! Ja! Freunde, wir sind jetzt gerade erst angekommen, wir waren erst mal in Potsdam, da gab es die gleiche Straße, andere Postleitsaal. 40 Minuten Umweg, wieder den hier gemacht, Berlin, die Straße, die wir eigentlich wollten. Jetzt sind wir in Madison Jefferson Hotel, wir kommen. Freunde, ich sehe nichts mehr, ich bin blind und ich habe absolut keinen Bock mehr. Wir müssen ein bisschen sparen, damit wir im Wohnzimmer so ein Aquarium haben, die haben einfach so ein Aquarium, in der Mitte ist auch noch so groß wie ganz Libanon. Wir haben Drehgenehmigung von Mr. Riders, komm nicht. So, Freunde, ich habe jetzt das zweite Mal Ende, was ich gesagt habe für das Video. Das Hotel ist wunderschön, jetzt weiß ich, warum Wasim hier das Jefferson Riders Hotel gebucht hat. Vorbei mit Berlin jetzt, wir müssen jetzt zum Flughafen ganz schnell, wir sind sehr in Eile, wir haben nichts geschafft, nichts hat funktioniert, wie wir geplant haben. Wir wollten noch abends was essen, wir wollten vielleicht eine Shisha rauchen oder irgendwas. Vorbei, wir sind angekommen, platt, alles hat sich verzogen, alles drum und dran, komm. So ein riesen Aquarium. Im Hotel. Ich denke, den Flug verpasst du nicht. Ja, mich auch nicht. Auf alles, ich bin für Big Basha. Ja, ich gehe da hin, ich gehe jetzt. Geht die *** Kamera jetzt endlich? Lass los. Ja, direkt. Oder lass noch chillen, wenn ihr wollt 15 Minuten, dann fahren wir erst. Ja. Ja, ja. Hallo, wir haben Zeit. Keiner hat eine gute Laune hier, wir müssen los. Wo ist denn Park auf der Abo Seite? Ganz unten. Im Keller. Wo Keller, Abo? Was gibt's denn? U1 ist Wellness. Ey, vielleicht geht dieser Fahrstuhl nicht rum. Mach mal auf. Ja, wenn du weggehst. Ah, hier ist Parking, U3. So, Abo Düsselischer, wie geht's? Wo ist okay? Yallah, ich hoffe, es schmeckt. Habib Galbi. Meine lieben Freunde, wir fahren jetzt Richtung Big Basha, wollen ein bisschen Frühstücken auf und wir fahren jetzt Richtung Big Basha. Meine lieben Freunde. Und wir haben alle lieben Freunde. Und dann hat er mit seinen Sachen rumgespielt, 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 rumgespielt. Und Bruder, er hätte alles bestellen können. Ich hätte alles mitgegessen. Bruder, der hat einfach Soßen bestellt mit Chicken Teriyaki um drei Uhr morgens. Wir waren mit Yassin und zwei Verheirateten. Wir haben einfach gepennt. Aber ich will, dass man sieht, wer hinter der Kamera ist, dass man sieht, wer hier so verkackt auch heute Morgen. Hier ist Radisson Madison. Wir wollten einen Fitnessraum trainieren. Es war so groß wie eine Abstellkammer. Da konnte man ein paar Tomatendosen hinstellen, ein bisschen Nudeln oder was. Aber das war es auch. Trainieren konnte man da definitiv nicht. Und wo fliegen wir? 15 oder 15. Wir fliegen nach Mazedonien. Nach Skopje. Skopje wins. Das ist echt Gold, das Ding. Ich lauf gerade wie so ein Opa, ne? Yo, Freunde. Wir sind gerade hier in Berlin. Bei unserem Freund Big Basha. Unbezahlte Werbung auf jeden Fall. Immer geiles Frühstück. Lebanesisch. Da gibt's alles, was wir brauchen. Von Manach bis Fatih bis Zaatar bis alles. Alles kommt in Branden. Ahla Zalbe. Ahla. 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 urer. Das ist der Bruder von Mais zuwen. Das ist der Bruder von Mais zuwen. Werove mei zu tun? الحft. zum Kampf von unserem Bruder Senat Gashi. Also wir haben absolut gar keine Zeit und müssen uns überall beilen. Jedes Mal das Gleiche mit der Truppe, ne? Ich bin Libanese! Wigeliff. Jo, meine lieben Freunde, was geht auf euch, was geht auf euch? Wir sind jetzt in Mazedonien angekommen. Ich habe immer noch Rückenschmerzen. Das war ein Flug, ich sage euch ganz ehrlich. Blitz Donner neben uns, Flugzeug ist, Turbulenzen ohne Ende, Katastrophe. Also ich hatte Muffin sehr riesig. So Freunde, wir sind am Flughafen angekommen. Ganz schnell Auto gemietet, losgefahren. Wir sind jetzt irgendwo in Tetowa oder wie das heißt? Tetowa, Tetowa. Von Skopje nach Tetowa gefahren. Senat Gashi kämpft jetzt gleich, er ist auch gerade am Aufwärmen, alles drum dran. Er braucht sich gar nicht aufwärmen, er gibt seinen Gegner links, rechts und dann ist er weg. Willst du mal einen Trick zeigen, wo ich gelernt habe und den ich gelernt habe? Guckt jetzt. Wigeliff. Und jetzt einmal zur Motion. Freunde, wir gehen jetzt raus. Ja. Wo! Also, wir sind die Rauch, wir sind jetzt raus. Oh, wir haben jetzt nach dem Tor. Oh! In einem Mann, Kuh! Ja, wir sind nach dem Tor. Wir sind hier bei den Leinen, wo man es nicht leer ist. Oh, wir sind die E- dato. Ich nehme diese F后. Das war's für heute. Der ist ein Jahrhundert. Die drei, die drei, die drei. Die drei, die drei, die drei. Die drei, die drei, die drei. Das ist ein Wigelof. Ja, ich habe es. Mann, Mann, Mann. Das war's für heute. Ich habe es nicht nur in der Abangehälter. Oh, das war's für heute. Oh, das war's. Was passiert? Ich habe das Wort verbracht! Ich habe das Wort gebeten! Ich habe das Wort gebeten! Ich hab mir gestohlen. Ich hab mir gestohlen. Schussnecke, wie gehst?